Hey Leute, der Marito ist wieder hier zurück in Let's Build Stormwind. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Und zwar in dieser Folge machen wir eine kleine Reise. Und zwar da zurück, da war doch irgendwo noch ein Dorf. Wir nehmen hier natürlich die Schafe alle mit am Weg. Ey, gib mir deine Wolle, Mann. Da war doch irgendwo ein Dorf, kann ich mich erinnern. Und ich wollte nachsehen, ob es bei diesem Dorf dort noch Karotten gab. Um eben hier unsere Villager-Zucht ein bisschen zu verschnellern, den ganzen ein bisschen unter die Arme zu greifen, würde uns das schon enorm helfen, hier mehr Karotten zu haben. Und zwar war doch da hinten irgendwo ein Savannendorf. Und das suchen wir heute. Und wenn es da Karotten gibt, dann holen wir uns die Karotten, natürlich. Aber ich muss es erst wieder finden. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier damals, als wir die, die, die im Dschungel waren, hier irgendwo durch ein Savannendorf, hallo Enderman, ich schaue dich nicht an, durch ein Savannendorf gekommen sind. Nur wo das genau gewesen ist, weiß ich eben nicht mehr, ne? Wir wollen hier in der Savanne. Das war ein Savannendorf. Also Leute, wie geht's euch? So. Mal um über das Wichtigere zu reden. Hier ist kein Dorf. Das war doch hier. Das war doch hier irgendwo. Hier ist Wüste. Hatten wir nicht auch ein Wüstendorf gefunden? Und danach gleich ein Savannendorf. Boah. Das ist jetzt echt die Frage. Das ist jetzt echt die Frage. Wo war denn das? Wenn wir es nicht finden, ist es nicht tragisch. Ist es nicht schlimm? Entschuldigung. Dialekt. Ist es nicht schlimm? Dann gehen wir einfach zurück. Und, ja. Müssen halt trotzdem schauen, dass wir das mit der einen Karotte fertig machen. So. Ich dachte gerade, dass wir eine Kuh zählend fast ein Pferd erschlagen. Ich. Böser, böser Mensch. Aber ich habe es mich natürlich noch zurückgehalten. Aber war doch nicht wohl ein Savannendorf? Jetzt glaube ich es dann. Gibt es doch gar nicht. Ja, schade. Echt, echt schade. Ja. Demnächst werde ich mir hier auch dieses Voxel-Map installieren. Sobald es das für die Forge gibt. Für die 1.17.1. Habe ich das auf jeden Fall vor. So. Wir haben halt nicht viel zu essen mit. Mir hier auch diese, die, 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 die Mini-Map dann hier. Und vor allem die Map zu installieren. Und, ja. Bis dahin müssen wir uns so noch ein bisschen orientieren. Schadet auch nicht. Ist ja auch irgendwie ein bisschen Gehirn-Jogging. Und gehört ja auch so zum Spiel eigentlich dazu. So. Hier nehmen wir natürlich die Kühe jetzt mit. Nämlich für das Leder. Primär nicht für das Fleisch. Denn wir wollen ja dann auch Verzauberungsbücher haben. Dafür braucht man nicht nur das Marakte, sondern auch Bücher. Oh nein. Wer baut denn hier einfach ein Loch? Das würde ich jetzt echt reklamieren. Bei der Landschaftsgärtnerei. Landschaftsgärtnerei. Hallo Schaf. Kriegen wir auf jeden Fall genug Wolle jetzt zusammen hier. Unser Wollverrat neigt sich wieder. Wird wieder ein bisschen gestärkt. Ah, schau mal. Hier haben wir ein Wüstendorf. Ich weiß jetzt nicht, ob es das waren, dass ich mich erinnere. Aber egal. Schauen wir gleich mal, was wir hier finden. Ups. Tü-tü-tü. Ob wir hier was finden, was wir brauchen. So wie Brot und Weizen und Sirus und Blätter brauche ich jetzt nur nicht. Eigentlich sollte ich es trotzdem mitnehmen, ne? Das brauchen wir. Das gibt uns wie das Marakte, wie wir wissen. So. Okay. Noch mehr Weizen. Ich nehme jetzt hier ein paar Kakteen mit. Das ist im Grund, weil wir sie ja anpflanzen können und vermehren mit Sand. Ich habe gerade die Nase, sorry. Aber da haben wir noch nicht reingeschaut. Nichts. So. Ich höre, glaube ich, eine Schmiede. Jawohl. Oh, voll viel Tio. Mega viel Tiorit. Aber war... Waren wir hier? Waren wir hier? Jetzt so im Ernst, ne? Das ist jetzt... Dreist... Wieso sind da dreistig Tiorit drin? So, und jetzt schauen wir hier. Haben wir hier Karotten. Keine Karotten auf jeden Fall. Hallo, Schwein. Einen Weizenkörner brauchen wir nicht. Haben wir genug. Nehme ich lieber hier den Ofen, den Räucherofen mit. Die Öfen brauche ich definitiv nicht. Das ist einfach nur ein Haus. Das ist auch einfach nur ein Haus. Das ist jetzt enttäuschend, dass wir hier keine Karotten gefunden haben. Das... Ja, ist enttäuschend. So, wir laufen wieder zurück nach Hause. Beziehungsweise nicht nach Hause, sondern eben in unsere... Villager Farm. In unser Dorf. Das legen wir uns dann schlafen. So, hier haben wir wieder eine Kuh. Die nehmen wir jetzt gleich mit. Sorry, Kuh. Danke für dein Fleisch. Danke für dein Leder. So, wir sind eh gleich wieder da. Wo war denn das Savannendorf? Ich bilde mir echt ein, dass wir da durch ein Savannendorf gelaufen sind. Das relativ nah gewesen ist. Boah. Boah, boah, boah. Ja, egal. Egal. Hier ist halt auch nirgends rund ein Dorf, ne? Wurscht. So. Dann müssen wir eh schauen, dass wir es irgendwie... Hallo Ziege. Was machst du denn? Du da so weit herunten. Da ist unser Dorf. Dann müssen wir eh schauen, dass wir es irgendwie so erledigen, ne? Mit der einen Karotte. Das wird halt echt ziehig. Hoffentlich ist die jetzt gewachsen, damit wir schon mindestens mal... zumindest mal zwei Karotten haben. Ich hab dich gesehen, du Skelett. Na, warum laufst du denn immer? Okay. Musst du ekelhaft unser Bett hier oben stehen? Panny Hopsen wieder mal hin. Ah, jetzt ist auch dieser Baum hier gewachsen. Schaut euch das an. Hat doch etwas gedauert. So. Die sind noch immer nicht gewachsen, ne? Schande. Wir können jetzt eins machen. Wir können mal Brot machen. Das Brot... ...teilen wir jetzt an die Armen. So. So. Kuh, Kuh, Kuh. Kuh, 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 Kuh. Kuh, 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 Kuh. Ja. Mit Brot vermehren sich die Gesellen hier auch, ne? Nimm dir das Brot da. Ja, da, Schatz. Machen die schon Liebe. So, du kriegst hier zwei Brot noch. So. Denn ich hab grad gesehen, dass hier schon einer am Büro... Hier sind zwei. Kommen die zwei her? Okay. Und da einen drei. Dann können wir hier gleich ein bisschen schauen. Super. Durchschuss zwei. Wir müssen halt schauen, wo die jetzt rauskommen. Ja? Beziehungsweise wo die reingehend schlafen dann. Da ist der am Bett. Und da ist dann auch ihr... ...er Tisch. So, den geben wir hier wieder weg. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Keine Ahnung, warum wir den hier hergetan haben. Und wir vermehren halt die Villager momentan mal durch Betten. Ah, durch Brot meine ich natürlich. So, machen wir es halt auch so. Und wo waren... Da war der Weizen. Und was für nur zwei Leder da rausbekommen. Ah, okay. Habt euch ich gleich die ersten beiden genommen, oder wie? Passt. Geh ich jetzt mit dem hier gleich rein. Du hast Dornen drei. Dornen drei, ja... Später mal schön. Jetzt brauchen wir es nicht... Zzt. So, da brauchen wir zuerst wieder die Smaragde, damit wir mit dem dann gleich handeln können, ne? Das heißt, wir müssen jetzt mal unsere Smaragde holen. Da haben wir ja viele. Boah, hier muss man einfach so an krass viel denken. Hier muss man einfach trotzdem an viel denken. Und es ist nicht so ohne, das Spiel. Ich hab die Tage wieder mit einem Kollegen gesprochen, mit dem ich früher voll viel Star Wars The Old Republic gezockt hab, so Progress gezockt hab. Der ist auch schon etwas älter. Und wir haben über Minecraft gesprochen. Und er hat gesagt, ich hab mir das einmal kurz angeschaut. Das hat mir nicht gefallen. Es ist ja auch ein Spiel für kleine Kinder. Er hat gesagt, du spinnst doch. Das hab ich auch immer gedacht. Jetzt weiß ich es besser. Und das ist auch so. Ich hab das früher wirklich immer gedacht. Dass das irgendwie so ein Kinderspiel ist. Und jetzt weiß ich es besser. Ja. So. Und jetzt weiß ich es wirklich besser. Hm. Hm, hm. Ah ja. Wegen den Smaragden sind wir hier. Ich hab grad überlegt. 37 Stück Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. So. Erde. Bruchstein. Ja, Bruchstein haben wir auch. Diorid. Aber es hat mich jetzt echt gewundert, dass da drei Stacks Diorid drin lagen. Granit. Hatten wir. Schleifstein gehört ja zu den Werkzeugen. Das gehört auch zu den Werkzeugen. Jetzt kommen da unten die Berufsblöcke rein. Ja. Äpfel hatten wir hier, glaub ich, schon irgendwo. Ja, Apfel. Wolle gehen wir jetzt auch gleich wieder hier drüben rein. Dann haben wir hier Eichenzaun. Kommt zu Eichenholzprodukten. Das auch. Hier haben wir ein Lava. Frohes Rindfleisch. Haben wir schon irgendein Fleisch? Jetzt mal, frag für einen Freund, Fleisch da. Leder. Sind hier irgendwo so ein Türen, Zargen, Leder. Was hatte ich grad Zargen? Kaktus haben wir, glaub ich, noch nicht gehabt, ne? Ne, da brauche ich jetzt wieder eine Kaktustruhe. Das heißt, ein hier und 16 hiervon. Okay. 16, weil Doppeltruhe natürlich. Kennt mich. So. Und die kommt dann hier hin. Da kommt das Schild dran. Kaktus. Und wisst ihr eigentlich, was die Mehrzahl von Kaktus ist? Nee, nicht Kakteen. Die Mehrzahl von Kaktus ist natürlich Kaktusis. Ist doch ganz klar. Ah. So. Passt. Das Laberbecken hier wird bald mal vorbei. Vorbeigehen. 1, 2, da mal hier rein. Und 1, 2, da mal hier rein. Gras haben wir hier noch. Das war auch hier, ne? Weichenstamm kann man im Endeffekt mitnehmen. Wir müssen das E-Drücken brauchen, Schatz, aus. Ja. Gehen wir rüber wieder. Stopp. Bücher. Ich hatte doch Bücher. Warte mal. Wo werden die hingetan? Ah, Blödsinn aus den Büchern haben wir ja, die haben wir verbaut. Warte mal. Hey. Die Bücher haben wir ja umgebaut, umgewandelt zu Regalen. So. Ah, das heißt wir brauchen wieder Zuckerrohr. Wir brauchen eine Zuckerrohr-Farm. Okay. Na, aber jetzt. So. Haben wir noch Kartoffeln? Wir brauchen gleich wieder einen Stack Kartoffeln. Okay. Haben wir uns... Ups. Ne, Blödsinn. Die zwei Stacks Kartoffeln, die werfen wir oben jetzt in die Öfen. Ähm. Beim Bauplatz. Dann habe ich hier jetzt nicht das Problem, dass ich die jetzt irgendwie vorreihen müsste, da herumzwirbeln, bis die wirklich vorne sind, ne? Und da müssen wir uns echt mal um Zuckerrohr kümmern. Zuckerrohr-Farm brauchen wir da unten. In unserer Base. Denn unsere Base muss natürlich alles hergeben. Hier Eisen, oder? Na komm, ich will es jetzt gar nicht probieren, weil wenn das wirklich Eisen ist, dann ärgere ich mich, wenn ich kein Glück habe. Also, Glück auf der Spitzhacke. Natürlich. Sonst habe ich immer Glück. Ich bin ein Glücksmensch. Okay. Wo sind jetzt hier die Eimer? Ich habe die Eimer dazu. Ach. Marito. Du bist eine Flasche. Kohle. Drei Kohle waren da. Hier ist noch Kohle. Wie viel haben wir jetzt? Fünf. Sechzehn Kohle bräuchten wir schnell mal. Ah, Marito. Jetzt habe ich natürlich die Eimer, die was hier waren, mit zurück in die Base genommen. Da muss ich eigentlich gar nicht hingehören. Was insofern schlecht ist, dass wir hier dann keinen Brennstoff mehr haben. So, wie viel haben wir jetzt? Achtzehn Kohle, ja. Sollt reichen. So. Okay. So, machen wir das. Warten wir hier kurz die Nacht. Währenddessen gehen wir schnell da oben ein bisschen abkrabbeln. Kein Stillstand. Es gibt immer was zu tun. Und wir können auch immer was tun. Und darum gehen wir gleich mal rauf und tun noch was. So, jetzt auch noch Kohle übrigens. Okay. Ach so. Da sollten wir dann wieder mal mit einer Schaufel raufgehen, wie es aussieht. Warten schnell, bis es nachts genug ist. Ich denke mittlerweile sollten wir schon. Die Sonne ist noch nicht ganz runtergegangen. Jetzt gleich müsste es gehen. Müssen wir schlafen. Also können wir schon mal rauf runtergehen. Ja. Okay. Müsste definitiv schon dunkel genug sein. Passt. Also um eben keine Stehzeiten zu haben. So, wird das gleich genutzt. Um hier noch wieder ein bisschen Stein abzugrabbeln. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Okay. Äh, Kohle hatten wir hier glaube ich noch ein Stück. So. Habe ich Bücher mit? Ja. Boah. Ich fühle mich schon so arg verpeilt, dass es die Hälfte tut. So, so, so. So, so, so. Autsch. Da ist schon ein Mini. Schau. Sind sicher schon mehrere Minis. So, und ich wollte erst... Nee, komm wir fangen vorne beim ersten an natürlich. Na, 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 na. Du Schwachmatt. Hm. Hier, die... Der hat den gerade von hinten geliebt. Ja. So. Hier geblieben, mein Freund. So, jetzt hat er denn seinen Beruf verloren. Jetzt kriegt er ihn wieder. Und wir haben neue Rezepte. Was er uns verkauft. Aber keines, das uns gefehlt. Oh, 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 oh. Und das gehört schon mir. Glück drei. Danke. Du bist perfekt. Glück drei ist ja das höchste Glück, was man haben kann. Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir aber zu wenig Smaragde. Mann, irgendwie stört mich hier der Golem auch extrem, ja. Ich lasse jetzt hier wieder einen raus. Warte mal, ich mache da hinten die Roll zu. Ich will jetzt nämlich einen Bogenmacher haben. Als nächstes. Hier, der da. Die hängen halt hier jetzt fest, ne. Passt. So, was hast du? Falsches Rezept. Der muss uns Sticks geben. Wenn der uns Sticks gibt, können wir draußen jetzt hier... Jawohl. Also Sticks geben. Er muss von uns Sticks handeln, so. Schaut her. Jetzt haben wir hier... ...und ein Stack. Und da kriegen wir halt jetzt ein Men's Field Sticks raus. Seht ihr das? Und so kriegen wir halt... ...relativ zeitnah... ...unsere Smaragde wieder. Die, was wir brauchen. Um das nächste... ...buch zu kaufen. So. Und kriegen natürlich da auch EP dafür. Durchs Handeln. Ihr seht es da unten. Also, gerade mal für die, die was jetzt... ...die Minecraft nicht so gut kennen. Sind schon wieder ein Level aufgestiegen. So, und jetzt ist für heute Schluss. Für heute braucht er keine Sticks mehr. Wir haben wieder 24 Emeralds. Wir können jetzt hier gleich mal... ...wieder ein Stack Brot machen. So, alle 21 Brot halten. Die gehen wir jetzt hier rein. Die hängen halt da. Ziehen wir unsere Karotte aus. Immer noch erst eine Karotte. Das ist schlecht. Der würde uns auch... Ja, ich habe nur... Ups. Ich habe nur Angst, wenn ich mit dem jetzt hier handle... Was machst du da? Wenn ich mit ihm hier jetzt Weizen handle... ...dass mir der dann da hinten Weizen anpflanzt. Dieses werde... Würde ich... Achso, ich wollte die zwei füttern, ne? Du, hier, Chef. Der andere Chef, da. Und du. Bleisiges Bäuerlein. So. Magst du nicht? So. Passt. Okay. Magst du schon wieder? Ja, mag schon wieder. Das heißt, wir nehmen uns jetzt wieder... ...einen Stack. Und... ...wandeln den wieder in... ...Stöcker um. Super. Ja. Das war jetzt nicht mehr viel. 26. So. Wir haben hier... Das ist der Glück, ne? Der Glücki. Zumindest... Ja, im Endeffekt braucht man das nicht anschreiben. Wir sehen sie, wenn wir reinblicken. Wir schauen jetzt gleich, was wir hier... ...bei dir bekommen. Also das war jetzt wirklich ein Zufall, dass wir das gleich gekriegt haben. Normalerweise... Ihr werdet es sehen. Ach, effiz... ...eih, was ist denn das für ein Schwein, was wir haben, echt. Wir haben hier wirklich Schwein. Wir haben jetzt schon Effizienz 5 und Glück 3. Leute. Jetzt brauchen wir noch Reparatur und dann ist unsere Spitzhacke mehr oder weniger bereit, um abgegradet zu werden. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Baba. Euer Marito. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020